Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Wenn Sie registrierte YouTube-Nutzer sind, liken Sie doch unsere Seite und abonnieren Sie unseren Kanal. Hallo zusammen, heute machen wir etwas richtig Cooles. Wir werden das Feuerwehrmann Sam, Trainingsturm und Venus Spielzeit auspacken und damit spielen. Hm, ich denke wir sollten mit dem Trainingsturm loslegen. Oben auf der Box könnt ihr sehen, wie hoch der Trainingsturm ist. Wow, es sind 31 Zentimeter. An der Vorderseite der Box befindet sich eine Feuerwehrmann Samfigur mit beweglichen Armen und sogar einer funktionierenden Löschpistole. Lasst uns jetzt die Rückseite ansehen. So wird das Spielset aussehen, wenn es ausgepackt ist. Wow, total aufregend. Es gibt oben ein paar Anweisungen mit Bildern. Lasst uns diese mal gemeinsam anschauen. Erstens, es gibt an der Spitze des Turmes ein Rettungsseil. Zweitens, die Leiter hilft Feuerwehrmann Sam dabei, den Trainingsturm hochzuklettern. Es gibt eine Löschpistole, um Feuer zu löschen. Und es gibt eine Falltür, um den Dummy sicher nach unten zu bringen. Und eine Axt, einen Hammer und einen Rabenbock, um Türen und Wände durchzubrechen. Damit Sam schnell in das Gebäude kommt, um den Tag zu retten. Lasst uns Venus nicht vergessen. Seht euch all diese coolen Funktionen an. Der gelbe Knopf an der Seite von Venus aktiviert die Sirenen. Und bei Venus ist eine bewegliche Figur von Feuerwehrmann Elvis dabei. Schaut euch die Seite an. Könnt ihr den großen gelben Wassertank sehen? Man kann ihn mit Wasser auffüllen und die Pumpe benutzen, um das Feuer zu löschen. Auf der Rückseite der Box könnt ihr sehen, wie Venus ohne Verpackung aussieht. Was kann Venus noch? Der Haken an der Vorderseite von Venus kann dazu benutzt werden, um Fahrzeuge abzuschleppen und Gegenstände aus dem Weg zu ziehen. Die Türen sind alle beweglich. Mit der Hilfe von einem Erwachsenen könnt ihr den Ausweis an der Unterseite der Box ausschneiden, euren Namen darauf schreiben und ein Bild von euch aufkleben. So, jetzt lasst uns endlich das Trainingsturm und Venus-Spielset aus der Verpackung holen. Heute haben Feuerwehrmann Sam und Feuerwehrmann Elvis Feuerwehrtraining. Aktiviert die Sirenen! Oh nein! Das Gebäude brennt! Schnell, Sam! Wir müssen das Feuer löschen und den Dummy retten. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen sofort loslegen. Lass uns die Löschpistole benutzen, um das Feuer zu stoppen. Gut gemacht, Sam! Jetzt muss der Dummy gerettet werden. Mach weiter, Elvis! Du hast es fast geschafft! Feuerwehrmann Sam muss die Leiter hochklettern, um den Dummy so schnell wie möglich zu retten. Großartig! Feuerwehrmann Sam, du hast den Dummy gerettet. Und sieh mal, Elvis hat das Feuer komplett gelöscht. Feuerwehrmann Training abgeschlossen! Gut gemacht, alle zusammen! Vielen Dank für das Ansehen dieses Videos! Wir hoffen, es hat euch gefallen, mit uns zu spielen. Und nicht vergessen, auf Gefällt mir zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!